moin leute hier und herzlich willkommen da hier beim nächsten part von nämlich hier punch club 2 und wir haben gesagt wir gehen jetzt kämpfen und das tun wir auch oder meinst wir schaffen jetzt die elf probieren da ist die hilfe können wir noch ein schläfchen machen perfekt wir sind fit wir spielen wir kämpfen gegen hoschi aus loschi randa schon wieder natürlich nicht schon wieder wir tecken man tun hier mal richtig los man kriegen wir das denn hier endlich mal so wie die ausweichen noch mit reinnehmen oder noch mal 100 winde zweimal das war geil das ist mir 41 diggerle eine eine angriffskombo wir haben 41 bäms gemacht ja nicht daneben hauen guck mal hier wie viele dinge das kostet jetzt haut er uns um hier weil wir keine energie ich fasse es nicht aber keine ausdauung mehr haben egal wenn wir schon mal schneller besiegt aber wie sich wer mich sieht herzlichen wunsch minus 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 plus plus ist so sollen wir noch mal trainieren oder so bringt uns das irgendwie was bringt uns das jetzt irgendwie großartig was ich weiß es ja ich würde jetzt eigentlich wir sind jetzt eigentlich relativ fit wir haben ein bisschen kohle wir haben 19 und wir haben 19 uhr wir gehen hier schön mal hoch und jetzt weißt du das wir brauchen die kohle auch wir müssen aber auch noch mal in diese verdammte kanalisation das müssen wir auch unbedingt machen recht was machen wir auch dann aber 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 jetzt noch nicht aber scheiße ich komme einfach nicht irgendwie dahin wo ich hin will weiß nicht mal anmeldung anmeldung ja noch mal klar melde uns an 19 uhr wieder ja war ich war ich glatt mache ich glatt stunde arbeiten wir können noch aufgehen wir können einkaufen auf jeden fall brauchen wir zwei davon zwei davon können wir uns auch noch leisten können es auch noch einen davon leisten so langsam glaube ich kommen wir dahin kommen sieben ist voll wir haben den kühlschrank voll wir haben geld ein bisschen noch zum hin und her fahren ist das gut und wir haben eigentlich alles was wir brauchen können immer essen können noch mal oder ja besser ist besser ist immer besser ist wir kommen langsam dahin wir kommen langsam dahin ein tag brauchen noch schätze ich jetzt mal so wir brauchen noch ein tag das war gut das war schön so ein altes haus so als haus müssen noch schlafen einmal essen wir sind ziemlich im arisch wir müssen schlafen unser leben ist ja auch nicht ganz so dolle würde ich mal so sagen nutzen wir die zeit jetzt hier um noch mal zu malochen natürlich oder nein da einer und wir noch mal ein bisschen geld aufzuschauen naja ist okay danke jetzt fangen wir hier bei null an glaube ich oder ja aber das haben wir dann doch noch mal gekriegt dass das so sehen hat sich gelungen oder nicht so 95 kohle zwei dosen zwei dosen auf jeden fall so und einmal essen bitte dann können wir essen wir haben keine bonbons mehr oh mein goodness nächstes mal müssen wir die bonbons kaufen ich bin fertig wir brauchen die bonbons wir brauchen die bonbons wir müssen die bonbons besorgen wir haben 19 dollar wir haben zu wenig geld einfach zu wenig geld wir müssen mehr arbeiten wir müssen einfach viel mehr arbeiten wir müssen verdammt so wir müssen ja um 7 uhr anfangen ok um 7 uhr müssen wir da oben anfangen wenn wir jetzt so einen Zwischenstopp einlegen ist das auch scheiße ne ein bisschen scheiße ist das schon sag ich dir mal wie es ist hier noch zwei dinger reingeschossen wenn wir jetzt nämlich hier wieder zwei dinger kaufen ist nämlich schon wieder das ist alles scheiße dann können wir nicht da hoch fahren wir haben ja geld wir haben 8 5 essen noch zu hause also wir gehen jetzt erstmal mal rohnen arbeiten gib ihm immer schön arbeit immer schön arbeiten läuft ich glaube ja ich weiß nicht mehr genau wir haben keinen keinen essen warte mal essen 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 können wir über die was kaufen jetzt ne wir müssen wir müssen erst diese aufgabe entlegen damit wir dann was kaufen können das hier können wir dann kaufen warme nudeln können wir mitnehmen glaube ich unterwegs weiß ich aber nicht aber ich schätze es mal ich schätze es mal reicht das hier noch ist die frage ist es ist jetzt witschkin zehn mäuse kostet das ne leck mich fett unser rhythmus ist im eimer weil wir hier nicht quasi gesehen ja ist nicht schlimm ich bin sehr satt ich bin äußerst satt wir gehen jetzt hier rein zehn stunden haben wir noch wir könnten aber jetzt einfach mal kämpfen oder machen was wir spielen schon wieder ging wegen hui 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 der letzte mal nur knapp gewonnen okay das kennen wir schon 57 hier noch mal block rein oder wo ich das sehen noch nicht schlecht aus oder unsere ausdauer mitspielt dann ist alles gut dann geht das das ist ja mal hoch das war nicht schlecht aber 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 weiß ja jetzt kriegen wir ja schon auf die mütze schluss mit dem mobil du hast im kern ein paar manieren beigemacht mal endlich das wurde auch zeit warte mal ich kenne diesen schlagen ich habe ihn schon einmal erlebt von ihm hier nämlich als mich ein typ vor 20 jahren den abbus laden grün und blau geschlagen hat ja das das war auch ich du bist nicht nur irgendein trottel ach was du bist die dunkle faust ich bin was weiß los aber wie ist das überhaupt möglich vom tellerwäscher zum reichen lumpen das war eine höchste zeit dass ich mal jemand an den lektionen erteilt nämlich jawohl mit meinem helm hier bin ich nämlich auch da selber ich muss mit ihm reden keine sorge der kommt schon wieder typen wer bleiben nie lange weg aber jetzt mal klar ist hier verstehst du das mein junger bleib locker so leben wir brauchen leben dann braucht man eine menge leben damit wir auch noch mal leben hier jetzt könnte man diese anzeige hier sein was hier passiert passiert ich hatte konnte man trainieren hier konnte man eben die sachen machen konnte man nicht also nicht wir gehen mal hier gucken was hat der noch mal noch einmal durchführen machen wir nicht protein riedel energy drinks natürlich äußerst energy warum kann ich das nicht kaufen warum kann ich hier nichts kaufen muss man erstmal hier irgendwie eine höhere liga erreichen oder ich weiß es nicht was war hier noch mal hier können wir sachen 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 du weißt das talent dass wir können hier sachen steigern 102 geht das dann hoch also hier können wir quasi für unser geld können wir hier sachen machen können wir unsere stats hoch hoch treiben sag ich mal ist das nur ein buff oder was oder ist das immer sind das nur buffs oder sind das das ist die frage sind das buffs oder sind das nicht buffs das ist hier die große question aber wir können ja mal wir können ja mal sowas machen das war nicht viel das ist also das da bin ich nicht einverstanden da bin ich überhaupt nicht einverstanden mit das geben das können wir nicht machen so ich würde nach hause gehen würde ich nach hause gehen ja ich denke nein ich würde nicht nach hause gehen ich würde hier zum bobby gehen der bobbele der bobbele der wir machen wir noch mal eben ganz kurz hier ein bisschen arbeit wir haben zeit haben zeit wir haben zeit wir können das alles managen ich komme wieder ja keine frage ja wir gehen arbeiten direkt und werden hier auch mit der arbeit beginnen und danach können wir nämlich hier was machen ich glaube dann können wir hier loslegen oder dann gehen wir schlafen und so weiter anmelden tun uns auch wir haben geld müssen ein bisschen einkaufen gleich glaube ich oder wir gehen hier noch mal eine stunde nein wir haben kein essen wir müssen essen essen wir müssen essen essen aber vielleicht kommen trotzdem noch ein bisschen hoch hier ja 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 passt ok ist auch 745 also hat sich schon irgendwie lohnt drei vier stunden hoch ein paar striche hochgegangen das ganze und dann können wir nämlich hier jetzt ein bisschen einkaufen ein bisschen geld wieder wir haben limo wir können limonen wir können ein bisschen limo machen ich nehme noch ein limo und wenn wir ein geld wenn man sich bei der welt damit dann haben wir 68 kohle auf tasche nehmen wir noch einmal essen mit ja das soll uns auch erst mal reichen müssen noch zweimal essen essen und dann fahren wir jetzt darüber ach bonbons habe ich vergessen schon wieder ne deswegen müssen wir oh nein wir konnten noch einmal essen essen naja ok was soll's wir müssen eh schlafen wir müssen eine runde schlafen oh scheiße du das war jetzt nicht der plan hoffentlich können wir jetzt was essen nein wir können nichts essen fickt die hände sag ich dir dann noch gehen wir zum laden wir müssen bonbons kaufen wir dann so weit sagen wir mal zwölf kommen hier wir kaufen nur weniger wir gehen nach hause sehr schön einen hat schon gelutscht hört sich komisch an ich weiß aber was soll's so wir haben gelutscht gegessen wir haben zwei tage zeit wir sind relativ fit wir haben links dabei können wir irgendwas machen dann müssen wir mal finden was wir tun können wir gehen mal ob wir das hinkriegen ich weiß es nicht ne ich weiß es nicht ich weiß es einfach nicht aber hier ist halt die sache da können wir sachen machen hier können wir befördert werden und da kriegt es mehr geld und mehr dinks und mehr bumms wir gehen mal durch was passiert hier ist also kein schleim unterwegs so wie es aussieht schucken wir mal schucken 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 ach das ist ja eine wehe hier wo sich das kreuz ist das denn hier pizza gibt es hier die gute alte pizza zeit ja man ja man wir sind hier ganz schön lang unterwegs acht dollar nur was soll das jetzt hier wer ist wer wurde denn hier nichts zu holen hier nichts zu löten du nix hier ist ein karate kampf stand hier kann man den hölzernen mann können seine hölzernen hölzern besiegen ja wir gucken mal was es hier gibt wo zum geier sind wir hier muss doch irgendwann mal ende sein wir haben schon 16 uhr 19 uhr müssen wir arbeiten da liegt was guck mal schon wieder Mama würde mich umbringen wenn ich das mit nach Hause bringen täte Oha Oh ne doch nicht Oh hai bist du auch ein Alu-Mann Halt wer geht da zu dieser späten Stunde Na ich bin es Der Knecht Ruprecht Ich bin auf der Suche nach ein paar Schleimen Hast welche gesehen du? Außer dem der hier aus deiner Hose quillt Der einzige Schleim der versucht sich in das Gebiet des Widerstands zu schleichen bist du Lass mal auf wenn ich dir gleich auf die Mütze gebe du Bist du deshalb angezogen wie ein Blechmann? Bist du der Blechman? Ich bin der Mann der Immun gegen das toxische WLAN der Außenwelt ist Nämlich jawohl und hier schwimmt ein riesiger Aal vorbei gerade Wie kann WLAN denn giftig sein? Vergiss es! Bist du sicher dass du keine schnecken ähnlichen Dinge gesehen hast? So groß wie ein Schuhkarton? In grün? Nein nein der Widerstand wird nie grün werden Was für Widerstand alter wie ich spreche von du Mach dich bereit zum kämpfen du Eindringling du Du bist ja ein Dringling Da kann ich dich mal eindringen Du kannst doch mal vergessen Aber wir werden dich wohl wegschlatschen Der hat hier unforsch hersehbare Dummheit Jawohl, gib ihm Fight! Nisch! Nisch! Der ist ganz schnell, ne? Zack, aber nichts gegen unsere schlabatzen in die Batzen Schlimitzen, schlamatzen Zertatzen Ey du musst schon treffen Weil sonst geht es mit der Ausdauer wieder so im Arsch Der hat sich nur ausgeruht gerade, ne? Der hat hier so ein paar Kicks die mega tief sind Mega tiefschlag hat er hier Ein besonderer Kampfstil für besonders begabte Kämpfe Ist das nämlich hier Wohl Der Folienfahrt hat er immer noch, ne? Der Folienfahrt ist ganz schön hart Was kann ich dir mal sagen? Gib ihm Wenn der uns nämlich trifft dann ist es nämlich ganz schön Zappenduster im Ende Gelände Und wir sind nämlich schon wieder keine Ausdauer Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Halte durch Franz Josef Plus 17 Na ja immerhin Soll ich irgendwas rausnehmen nochmal Ich weiß nicht das hier vielleicht nochmal rausnehmen Ich weiß nicht um wer Ich habe auch noch nie gesehen, dass wir irgendwie einen zurückgedrängt haben oder so 35 mit einem Ich kack gleich ab hier ins Essen Steh Ach wegen Ach du Scheiße Wenn wir niedergeschlagen werden, kriegt der nochmal ordentlich auf die Fratze Guck, das ist hart Oha Du bist schwach wie ein Veganer Verschwindet von hier und komm nie wieder Okay Ich geh ja schon Das war hart Die Sau Leck mich fett Der hat uns ordentlich gegeben, sag ich dir mal Wir sind einfach zu schluck für diese Welt Die letzten Kröten hier rausgekloppt Wir haben hier mal ein bisschen Leben zu erharschen Das muss nämlich sein Okay, für diese Aufgaben sind wir einfach noch nicht gerüstet Wir müssen also mehr Wert drauf legen Demnächst In ihrer Videothek Leck mich fett ey Soll ich jetzt arbeiten gehen? Wir kommen jetzt um 1 Uhr an, ne? Egal 21 Uhr, stand da nicht 1 Uhr? Ich weiß nicht Habe ich nicht Hä? Wir erstmal arbeiten Wir erstmal ein bisschen arbeiten Dann gucken wir weiter Dann sehen wir was passiert Und ich sehe gerade, ich habe gar nichts zu trinken hier Wie traurig ist das denn? Ich habe doch Hunger Ich habe einen Durst Ich habe einen Durst Ich habe einen Durst Ich habe einen Durst Ich könnte hier gleich verdursten Das was ich mit 7 Mark Um hier nochmal eben ein Spinnchen zu maloren Ich muss also ausgeben, um einzunehmen Damit das mal klar ist Apu, mein Freund 2 Mark Haben wir uns wieder Geld gekostet eigentlich, ne? Man weiß ich auch noch nicht, wie wir das alles so hinkriegen Limo Ich würde gerne Limo kaufen, tatsächlich Damit wir da oben immer so ein bisschen Plus haben Zack, zack, 44 Einmal Essen, danke Essen, ja, Essen wichtig Oh, Bonbons Nicht vergessen Zahlt kein Geld mehr Ah, wir haben 5 auf Lager Okay, alles klar Ja, okay, habe ich einmal gekauft Aber was soll's Gib ihm Ich glaube für 8 können wir dann da runter fahren Zum Essen, äh, zum, 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 äh, na, 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 na Wie sagte man nochmal in deutsche Sprache? Zwei Zwei Zum Arbeit Immer schön die Arbeit machen Und so weiter und so fort Also wir müssen Alter, das ist ja hart Das ist ja richtig hart Wir können nämlich mal eben hier so gefördert werden Ne, ne, so geht halt nicht, ne? Wir müssen hier ordentlich mal hoch dafür Quasi Das ist echt scheiße, sag ich dir Schaffen wir das noch? Ja weil das war nicht schlecht nach hause dies war aber ist auch nicht schlimm wenn ich jetzt auch nicht schlimm einmal essen bitte ich zu machen müssen wir tatsächlich ein bisschen schlafen mit vereinigemassen fit sind hier für den kampf dann lasse ich die eine arbeit tatsächlich ausfallen ich werde mal hier noch mal angehen an das ding und ein bisschen training machen jawohl also dass darauf werden wir uns konzentrieren dass hier die diese beiden sachen hier schön hoch gehen gehe ich mal schwer von aus dass es sein wird so sein wird wir könnten kämpfen wir machen jetzt oft nicht auf zwölf ok wir machen nicht auf zwölf wir gehen aber jetzt essen schläft gestern und geschlafen erst mal noch mal hier auf zwölf gemacht wunderbar dann können wir jetzt hier schlafen und das schön jetzt gehen wir kämpfen oder gehen jetzt gehen wir eine dose damit wir im kampf hier schon gut drauf sind jetzt spielen wir schon wieder gegen ihnen ist das haben wir gegen den skinny jenkins dann müssen wir noch ein paar geld verdienen ein paar geld verdienen ein paar punkte hier machen kämpfen sie jetzt ping pong ping 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 ding na 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 sehr schön eigentlich ist richtig auf die frotze ich schaffe es aber auch nicht mal eben einfach nicht auf die bretter zu gehen wegen unserer scheiß ausdauer obwohl es schon besser geworden ist finde ich aber es ist noch nicht gut genug einfach verbessern ja auch nichts mehr irgendwie komisch irgendwie komisch so müssen müssen das leben tanken aber jetzt haben wir volle power hier sehr gut 94 dollar 94 dollar bringt uns nämlich in limonade einmal essen besser zweimal essen 17 uhr jetzt müssen wir bis 19 uhr irgendwie noch rumkriegen warte mal gehen wir mal hier hin so dann gehen wir noch mal hier hin scheiße ist das denn so dann gehen wir noch mal zurück ne wir gehen ja doof gelaufen ne doof gelaufen ist schlecht gefahren ich meine halb gesonnen ist halb geronnen ne aber wir müssen halt mal hoch das tut mir leid wir müssen halt arbeiten was soll man es geht auch schnell runter ne das geht auch wieder hoch und wieder runter wann geht es denn hoch bitte wir haben 111 dollar verdient wir gehen mal richtig mal oben jetzt einen tag wo ich kann mich noch einschreiben hier gegen agg skinny jenkins der hat kombo brecher er macht ordentlich damage ne ein geheimer kampfstil nur für vips der macht mit einem schlag macht er nicht nämlich kaputt die gamachi wenn es mal ausprobieren verdummt jetzt hat er schon achte scheiße ich habe nicht aufgepasst oh nooo what the fuck is going on what the fuck what the fuck noch zwei bonbons haben wir zwei bonbons noch vollkommen soll das nochmal arbeiten drei stunden verloren jetzt hier nur durchs essen da mache ich einmal reich danke dann ach nee wir müssen erstmal jetzt habe ich schon wieder fast nicht aufgepasst bei nahe bei nahe bei nahe du mit essen kostet immer sehr viel zeit essen kostet sehr sehr viel zeit ist es eigentlich nicht so gut für uns und wenn wir nichts mehr zu fressen nichts zu fressen im haus nichts zu fressen du nichts zu fressen müssen arbeiten sehr schön wenn wir die kohle noch bekommen das heißt wenn wir 280 mark am konto das müssen wir einkaufen ist ja klar ist ja klar soweit abholen zu schaback 1 2 3 4 kommen wir damit kriegen wir hier schon negativ ne irgendwie ne ich weiß es gar nicht was ist sinnvoller ne also wir können eine limo trinke ich mal dann können wir noch einmal essen und einmal limo kaufen so dann sind wir durch dann können wir schon wieder arbeiten gehen ne also wir sind jetzt schon überall einmal befördert worden ne aber das reicht halt nicht wir müssen noch einmal befördert werden um da ordentlich geld zu verdienen das war jetzt gar nicht so mal so schlau wir können noch einmal arbeiten so dann können wir jetzt nach hause fahren essen ein klümpchen noch zack einmal essen bitte wieso haben wir jetzt schon 20 uhr da ist doch schon wieder irgendwas kaputt gegangen ich weiß es auch nicht irgendwas haben wir gemacht oder haben wir irgendwas nicht gemacht ich weiß es nicht und vorhin haben wir hier einen plus gekriegt aus irgendeinem grund kann man nachgucken könnte man zurückspulen das war so das war so ich schwöre gleich müssen wir fighten gegen diesen dicken der kampf ist da der kampf ist da abhoch nochmal rein so es ist sehr hin und her ne weißt du ja ne weh wenn mich zweimal ja kann ich machen kein problem warte mal hier zack zack wir können hier eine dose kaufen noch mal eine dose kaufen wir haben auch den kaffee noch nicht ausprobiert ne aber wieso kann ich den nicht kaufen weil ich zwei taschen weil ich sie schon voll habe ich habe insgesamt nur zwei plätze wenn ich jetzt hier eine und davon eine laut zwei ne das wäre vielleicht auch mal eine überlegung wir gehen jetzt also nach hause und wir haben schon wieder 33 minuten es geht zu schnell bonbons müssen wir noch mitnehmen eines tages wir essen wir schlafen gibt es dann gibt es dann ein gesicht schlafen macht doch auch freude ich meine warum wieso ist das so wir sind relativ fit sollen wir den kampf mal eingehen sollen wir den kampf noch machen kommen wir machen den kampf noch oder sind jetzt nicht irgendwie kurz vor irgendwas deswegen also eigentlich können wir mal hier rein vielleicht schauen wir noch mal in unsere geschichte erwarten mal vielleicht schauen wir einfach mal hier rein wir können ja noch mal mir was was will bis noch können ein spin kick machen der macht 15 damage komm hier den kaufe ich mal wow das ist eine wirklich coole und mächtige fähigkeit gute wahl aber für den anfang möchte ich dir etwas zeigen das tonus heißt geh auf den reiter kämpfer ok mache fertigkeiten kosten manche fertigkeiten kosten tonus wenn sie im kampf eingesetzt werden was das jetzt kommen wir hier klar die gesamten tonus kosten werden hier angezeigt im moment ist noch nichts ausgegeben worden das ist ja ein ding wählen wir eine fertigkeit mit tonus kosten hoher tritt wo steht das denn das tonus kosten hat wählen wir eine fertigkeit mit tonus kosten ach so ja ja das ist doch der gleiche jetzt kostet der minus eins jetzt kostet jede runde einige tonuspunkte oh nein um deinen tonus aufzufüllen musst du trainingen spin kick wir haben jetzt einfach ausgetauscht hier gegen den hohen tritt oder was jetzt haben wir den und den niedrigen wir könnten hier aber auch den hohen rein machen ach so wir können in den hohen tritt rein machen was wussten der niedrige kostet der macht acht der mensch und kostet neun ausdauer er kostet 88 ist doch schon mal besser oder ich lasse den drin und den schlacht ja den schlacht schlachten auch den schlacht 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 bringt das was ich weiß es nicht wir haben jetzt kein geld mehr doch wir haben Geld wir haben Geld aber wir haben jetzt nichts was wir hier finden verringert die Ausweichchancen des Gegners ist natürlich auch nicht schlecht glaube ich harter block erhöht deine chancen zu blocken verbraucht aber mehr energy und energy zu zu ist natürlich scheiße war der tanzende Affe ich werde der tanzende Affe sein wir können Muskeln Langhandeltrainings niemand schlägt so hart wie das Leben außer Punching Ball Training oh ja so was nehmen das müssen wir nicht kaufen wir können wir können Punching Ball Training hier verbessern noch das ist geil glaube ich also ich denke ich denke dass das das geil ist ich weiß es natürlich nicht aber wir können ja auch mal ein bisschen einkaufen oder sollen wir uns das Geld sparen also die Punkte meine ich das kostet einen neuen Ausdauer das ist mir alles zu hart vielleicht so eine Finte die Finte finde ich glaube ich könnte aber auch irgendwie nicht also ich weiß nicht also komm lass oder doch was mit dem Apparat eigentlich ja ja habe ich verstanden danke ich wollte gar nicht da raus was willst was ist denn mit dir? so pass auf wir gehen jetzt hier wir gehen jetzt kämpfen komm den machen wir noch komm machen wir noch ich will das jetzt sehen hier jede Runde wird im Kampf Spezialfähigkeiten verbraucht und beim Training wieder aufgefüllt ich bin gespannt ich bin gespannt fight ich hätte jetzt zweimal da oben gekickt er hätte mal sehr wenig Dings verloren der blockt alles ne der Sau kommt er hat keine Ausdauer das könnte gut für uns sein aber der kann mich auch mit einem Schlag K.O. hauen so heißt es zumindest ist nein aber meine Ausdauer ey meine Ausdauer was wie macht er das guck mal hier her das geht wirklich runter wenn du das benutzt ne Au K.O. ich bin sofort K.O. er leckt mich fett leckt mich fett ja jetzt den Glückwunsch wir haben uns noch schön verkackt ha ha fuck erstmal wieder herstellen hier ein bisschen was oha das wird ein hartes Kämpfchen aber der hat viel geblockt ne hat er viel ausgewichen oder so ne ne was macht die Finte nochmal die Finte macht nochmal was die Finte 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 hast du eine Finte? kannst du mal eine Finte? Ausweichchancen ne ich weiß es nicht ein harter Block sollen wir einen harten Block mit rein nehmen wir wollen ja nicht auf wir wollen ja eigentlich hier auf sowas gehen ne sollen wir einen harten Block kaufen noch ich glaube ich kaufe den harten Block ich kaufe den noch ich kaufe den harten Block noch und dann gucken wir nochmal hier rein dann machen wir hier anstatt den machen wir den harten Block hatte ich so gedacht aber hier ist er nicht wo ist er denn das ist er doch also ne also doch hier ist er doch den harten Block bitte probieren wir es aus oder probieren wir es einfach aus beim nächsten Mal und was müssen wir jetzt trainieren damit das wieder hoch geht ich weiß es nicht das ist ja immer noch auf 12 auf ja scheiße auch das ist jetzt auf 9 leck mich fett ok wir haben wieder Leben und so wir fahren erstmal nach hause oder was haben wir denn 14 Uhr sollen wir erstmal arbeiten wir gehen erstmal arbeiten komm mal voll ja sehr schön danke wir waren hier immer noch nicht wir sind da noch mal hin ne wir haben keine Bonbons mehr ok 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 aber wir sind voll jetzt hier sind voll nicht gut jetzt gehen wir mal hier in den Punching Ball mal gucken was da passiert wir müssen das wieder aufladen hier ne das ist das Problem angemeldet sind wir erst dann geht das wieder hoch ne ja das finde ich glaube ich nicht so gut weiß nicht ich finde das gar nicht mehr so gut muss ich euch sagen schon mal ein bisschen was gegessen ne jetzt hoffen wir dass die nicht gleich wieder pennt sonst müssen wir erstmal Bonbons kaufen gehen wir sind schon wieder bei 2 ich fasse es nicht 2,40 Minuten hoffentlich ist die nicht am pennen die pennt nein wir sind auf der Scheiße Apu Apu alter Haus alter Haus wir wollen noch mal ein bisschen Wollen wir Essen kaufen ich kann mir noch mal eine Limo rein pfeifen hier mal eben vielleicht kann ich mir dann mal gucken ob wir hier noch einen Kaffee kaufen können wir können noch einen Kaffee kaufen Energie ist hier auch manchmal so ein Ding ich kaufe mal einen Kaffee so wir kaufen noch einmal Essen wir kaufen auch noch ein paar Bonbons zack zehn Stück zack ab nach Hause so Bonbons sind wieder da eins hat sich schon gelutscht wir essen was so ist schön jetzt sind wir halbwegs voll jetzt können wir auch wieder trainieren eigentlich theoretisch oder bis sieben Uhr was ist das hier wo kommt das her wo will es hin was macht das da 17 Uhr ist auch voll wir haben 26 Mark wir haben 6 Uhr bis 8 Uhr können wir hier mal loben ist ok ist ok ist ok ist ok so 12 Dollar fahren wir nochmal da hoch dann kriegen wir nochmal Geld dann sind wir gleich soweit ja weit beginnen hier es ist sehr es ist sehr also man muss sehr ich weiß wie ich meine man muss hin und her und rauf und runter und hinten und von vorne nach hinten nochmal durch gezogen das wird von alles nochmal hinten gerührt und von vorne geschüttelt verstehst du ich meine es ist sehr 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 es ist sehr aufwendig hier alles ja 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 wir können trotzdem nochmal am Schrottplatz vorbeischauen ok vielleicht habe ich meinen den Weg jetzt hier den ich hier beschreite könnte sein dass der einfach nur aufwendig ist weißt du wie ich meine kann natürlich sein wie viel Kohle haben wir denn nicht genug wir haben nicht viel wir haben nicht viel Kohle wie ich gerne hätte wir brauchen ja mindestens zweimal Essen jetzt und eigentlich möchte ich die Dose kaufen äh Dose trinken und noch eine Dose kaufen und dann habe ich nur noch 21 Mark und dann muss ich jetzt nach Hause mit der Kohle und dann muss ich jetzt Essen mit der Kohle einmal Essen reicht erstmal 9 Uhr Malochen kostet immer sehr viel sehr viel äh ich höre gar nicht auf ich höre einfach wieder nicht auf, weißt du wir haben gleich einen Kampf schon wieder gegen den einen wir müssen dann vorher nochmal unsere Taktik durchdenken weil das ist nicht so gut mit dem Ding das gefällt mir nicht da geht die Ausdauer die Dings so schnell runter also meine ganze Geschicklichkeit geht da irgendwie flöten das ist scheiße das ist nicht sehr schön das kann ich dir nochmal sagen wir brauchen schon wieder was zu futtern kann man da drauf klicken oder so ne zweimal klicken geht nicht oder sowas da hätte ich ja mal irgendwie gewünscht wir gehen nochmal mal laufen so nämlich Arbit ich möchte auch gerne diese Sache in der Kanalisation da mal ja fertig mal aber da brauchen wir noch ein bisschen Training ja wir kommen wieder das ist kein Ding gehen wir weiter nochmal hier gelocht jetzt sind wir aber ganz gut dabei glaube ich der Kampf ist verfügbar ok 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 aber wir müssen erstmal nach Hause ach war doch Blödsinn wir müssen nicht nach Hause wir müssten eigentlich kämpfen äh Quatsch kämpfen wir müssen wir müssen erstmal schlafen ich gehe mal schlafen wir müssen schlafen essen einkaufen wollte ich nämlich ja ok jetzt können wir wirklich einmal essen dann sind wir richtig schön voll haben zwei essen auf der Tasche wir gehen nach Apu wir haben wieviel Geld 100 irgendwas 136 ok gut wir wollten nicht wir wollten nicht warte wir wollten erstmal trinken hier einen Schluck dann gehen wir hier hin dann kaufen wir ein wir kaufen Limo wir kaufen Futter dreimal Futter wir können noch mehr Bonbons kaufen ich kaufe nochmal sieben Stück dabei dann sind wir wieder bei 12 ist ok so jetzt sind wir halbwegs fit wollen wir jetzt kämpfen ja ich bin schon wieder gegen den da jetzt steigt aber richtig ab der Kollege was naja machen wir ihn weg was solls warte den wollte ich rausnehmen hier den Hochkick ich nehme lieber den tut mir leid wir haben jetzt das harte blocken da oben steht das ok ich habe es gesehen immer hier wenn du da oben guckst spin off klick zum Kopf da steht 1 Geschicklichkeit ne da steht es dann also und hier ist es der harte block ist ok ok kämpfe kämpfe ja komm gib ihm gib ihm doch gib ihm doch nur eine 1 ich den ernst das kann nicht sein oder was kann er jetzt nicht sein oder das ist doch jetzt ein verarscher der mittlere das hat keine Ausdauer jetzt geh jetzt hör mal auf kannst du mal irgendwas machen danke ey wow wir haben hier so viel alter Falter du das war hart irgendwas stimmt hier nicht ich hoffe wir werden das jetzt im einen Kampf überspringen hier das werden wir beim nächsten mal machen aber ne beim nächsten mal machen wir das da werden wir mal einen kampf überspringen um 17 uhr müssen wir arbeit erbiet wir können jetzt bis 8 uhr hier runter fahren aber nützt uns das was 6 6 6 uhr 6 uhr und dahin latschen stunden und 20 19 1940 ja komm scheißegal wir gehen jetzt arbeiten wir gehen arbeiten nochmal eben so ist schön wir werden uns diesmal nicht anmelden in der tat wir werden einfach mal überspringen ein bisschen was damit wir auch mal hier vorwärts kommen wir einfach mal trainieren und gemacht und tat wir werden arbeiten und trainieren wir werden nicht mehr kämpfen wir werden nicht mehr kämpfen wir werden nie wieder kämpfen nie wieder nicht doch wir werden kämpfen noch mal werden wir wie wir kämpfen vielleicht werden wir doch noch kämpfen ich bin mir noch nicht so ganz sicher wie wir das machen so wir haben noch ein bisschen auf tasche wir fahren da runter 12 bonches bonche bonche einmal essen einmal schlafen einmal trainieren wir werden jetzt trainieren ein bisschen wir werden einfach mal sehen wir jetzt schon auf 13 sowohl wir machen jetzt die anderen noch voll vielleicht vielleicht auch nicht ich gebe ihm ordentlich gebe ihm saures gebe ihm richtig was Training kostet natürlich auch sehr viel essen und sowas alles im hunger wir werden zweimal essen Dankeschön Anmeldung endet in einer Stunde ist mir scheißegal ich werde dich werde mich nicht anmelden so wir stehen mal fest jetzt haben wir spät 1 Uhr wir müssen hier auch noch befördert werden wir fahren jetzt mal dahin und werden mal hier ein bisschen arbeiten einfach bis zum bis zum morgen bis um 8 da fehlt uns auch noch ein bisschen was für die Beförderung mal gucken was der von uns will wäre auch mal interessant vielleicht also verdienen wir hier glaube ich am meisten kann es sein also insgesamt 36 für einen Durchgang so Apu bitte jetzt hier aus könnten wir mal einen Schluck Cola trinken ich sag Cola ich weiß gar nicht könnte Cola sein machen auch glücklich Cola macht lustig so kochen wir wollen ein bisschen hiervon bisschen davon können wir noch mal einen hiervon kaufen wir können auch noch mal einen davon also ich weiß es auch nicht ein bisschen hunger hier kann man das auf die Tasche nehmen ne aber so ein Sandwich kannst du auf die Tasche nehmen aber wir haben ja keinen Platz so ein Energieschlübel hier aber für 20 ist mir das teuer ich verkriege wenn wir mal einen dritten platzen platzen tatschen platzen tatschen aber wenn wir jetzt kommen wir jetzt 54 übrig quasi ne das ist doch nicht so schlecht oder wir können noch Bobbys Farme und weiter arbeiten Gibi zack ich muss manchmal die Regeln also die eigenen Regeln sogar muss man muss man unbedingt muss man die muss man die wir haben 54 Minuten ich kann nicht mehr hat es noch geklappt ne hat es nicht geklappt das war ganz kurz vor knapp wir gehen nach hause wir gehen essen zack wir gehen schlafen ne wir gehen nicht schlafen wir gehen hier auf der Matte gehen wir auf der Matte drauf guck mal hier da 9 hier 11 komm schon pumpt dich aus baby pumpt dich richtig aus jawohl wir pumpen uns mal richtig aus wir haben jetzt richtig was wir haben uns zugelegt oder wir haben schon ein bisschen was zugelegt das kann man schon sagen so jetzt haben wir noch mal Hunger wir essen noch mal was wir schlafen sogar mal eine Stunde eine Stunde schlafen wir mal jetzt hier schlafen wir schon noch schlafen wir einen Schluck jetzt pumpen wir noch ein bisschen ist immer noch platt warum denn da geht noch was guck mal hier da freut er sich ach wenn man das ja das war ja damals auch so wenn man mehr wenn man das mehrmals hintereinander gemacht hat dann hat es keinen Spaß mehr gemacht ja ok reicht 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 hallo danke jetzt können wir schon wieder essen das Dingsten kostet sehr viel Essen das muss man mal so sagen 13 Uhr ey ich geh jetzt nach Hause wir gehen jetzt hier weißt du was Freunde wir sehen uns beim nächsten Mal mach das gut hau da rein ciao ciao ciao